Hier ist eine Neuauflage des Buches Naturrituale. Früher bei meinen Kräuterwanderungen und Workshops habe ich immer wieder solche Rituale gemacht, Puja genannt. Puja ist ein indisches Wort und bedeutet eigentlich Naturritual. So ein Ritual öffnet die geistige Seite der Dinge, dass man nicht an der Oberfläche kleben bleibt, sondern man kommt dann eher in Kontakt. Es ist wie ein Ritual hilft, wie bei dem Verlangsamen der Wahrnehmung in unserer heutigen schnell lebenden Zeit ist das ganz wichtig. Das ist wie wenn man Auto fährt und man schaltet herunter, dass man langsamer fahren kann und dass man sehen kann, was los ist.